Ich glaube, der Lindenplatz heißt bloß Lindenplatz, aber das sind keine Linden. Das ist, glaube ich, eher eine Rosskastanie und das Nächste auch. Das ist schon komisch. Ich werde immer gedacht, das sind Linden. Das stimmt ja gar nicht. Die Linde ist ja ein Baum, der sehr alt werden könnte. Am Brunnen vor dem Tor steht ein Lindenbaum. Ein schöner Männerchor-Satz. Da habe ich viel gesungen, kann ich jetzt auch immer noch, aber ich habe nicht die richtige Anlage dazu, das Meerstimmig aufzunehmen. Ich kann ja drei Oktaven immer noch singen, aber die Husterei hat natürlich das Singen beendet und dann sind die Finger krumm, die Wüttrinsche Kontrakturen, zwei Schlaganfälle. Also ich bin jetzt schon Rentner. Aber Minijob bei mir wäre jetzt so, Parlaments-Tätigkeit, Gemeinderat oder Kreislauf, das würde ich gerne machen. Oder in der Partei einiges machen und organisieren. Die anderen Vereine weniger, Gesangvereine sowieso nicht mehr. Also da warten wir mal ab, was noch auf sich warten lässt. Jetzt kommt wieder jemand entgegen, da spreche ich nicht so laut. Also wenn ich das ganze